Könnt ihr bitte als erstes Lexi töten? Ja, ich will die nicht wieder am Ende mit dabei haben. Ich seh sie gar nicht, das Problem. Ja, wir sind einfach da, wir sind einfach da. Fuck, nice. Oh, Conny hat PC-Freeze, der kommt gleich. Sehr schön. Was ist das denn hier für ein Rad? Weiß ich es nicht. Mal gucken. Komm, Sabotation. Aha. So, wir gehen mal gucken, wo einer ist. Da ist einer. Okay. Geht er rein? Nee. Oh, ich kann nur hier. Oh, Sabotage. Oh, ich hab die erste, dass du dich warst, keine Ahnung. Wie bitte? I have gesehen, dass du es nicht warst. Ja, ich wollte den gerade reporten. Aber du warst schneller. Noah, aber Tobi weggehen sehen. Alleine. Dahinten, nach unten. Ja, wie, wieso? Weiß ich es nicht. Also, da war ja ein Kopframotage. Ich hab mit Noah und Tobi oben an dem, an dem Dingsrand da. Zum fixen. Gehen nach oben weg. Gehen nach unten weg. Gehen nach unten in Richtung Emotico. Jetzt gehe ich in die Camps rein. Ich hab kein Tod, wenn ich da war. Und in der Nähe war auch keiner gerade eben. Ich hab nicht so in der Nähe. Es hätte sehen können. Oder sein können. Warte, weißt du jetzt, was das ist oder nicht? Ich hab, ich wollte mal sehr, sehr stark überwunden. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Was sollst du das machen? Äh. Achso, was sollst du das machen? Wo die Leiste lag? Die lag vor... Nein. Achso. Okay. Äh... Und... Unrelated. Unrelated Inverses. Mit Ansichter Grenzen und Wahrscheinlichkeit nicht leer, weil ich die ganze Runde bei war. Und wir sind auch unten durch Dekon gelaufen und hat mich nicht gekillt. Okay. Ich war alleine in Konz. Also Nora ist der einzige der Richtung, die dann da hingelaufen ist. Ich hab auch keinen anderen gesehen. Wer ist hier musst du denn gerade? Äh... Denkst du es ist Nora? Ich bin sicher, es ist Nora. Achso, sorry. Ich war noch gemutet. Ich war oben rechts. Ich war oben rechts. Ja. Max, was du? Irgendjemand war noch kurz bei mir, dann oben rechts. Max, was du? Ich hab keine Info. Ich war die ganze Zeit mit Leon am Rad. Ey, wo ist du? Also, wo ist Moritz gerade? Wir sind jetzt bei der Leise gewesen. Ja, ich bin noch mal gessend jetzt hier. Ziemlich stark Nora drin. Ziemlich. Ey, jetzt traut alle, ichudauch nicht alles flaxen. Es ist ziemlich safe Nora. He-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he. so okay das gute ist wir können jetzt gleich erstmal wieder ein loch springen und dann irgendwo hin irgendwo gut drauf achten zu machen wir gucken aber wir überhaupt rauskommt ich habe ihn getötet mann ich sehe ich sehe einfach nur aus dem wend springen und erledigt ja ich bin dann gelaufen habe ich den reaktor gemacht und dann wollte ich da also gleiche identifizieren aber dann sagst du schneller gut wenn das mit dem code nicht funktioniert der unten reingeschickt ist aber geste auf public und sucht nach feinrich 1 unter polos zwei imposter englisch das war ziemlich gut ich konnte die ganze zeit in der ersten runde mit leon schön und hatte dann adb ja moritz hier du dreckiger wendt hier ja ich liebe die wendt aber auch noch so passend ich gehe immer nur rein wenn ich killen kann ich weiß bereits ich bei moritz aus elektrik raus gesteppt bin und wenn noch auf fünf sekunden cool dann war ja und ich werde rausgeschmissen ja stimmt danke lex ja nämlich noch als simon den typen weggemacht habe ich habe wo ich das weg rausgeschmissen wird weil ich die leiche nicht sehe ich bin ich noch als ich den typen kille und die für die kürzer und die wettbewerb wird die europäische die europäische aber sie man hat die europäische mann ich bin unsichtbar leute wo bin ich die europäische und das ist ab der arbeit der kräg im ich bin noch mal hinkauft haha Lexi ist vorne haha Conny Could not find the game unit ja deswegen entweder wenn das nicht funktioniert gehst du auf public und suchst die Lobbys und sucht nach Polos tu und post dein Englisch da kann nur so scher ich Eiswürs ooooooooh ahhhh lol mhm find ich auch ich seh hier keinen Friedrich an ich seh hier keinen Friedrich an